Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hilfe-Video hier auf meinem Kanal. Hier in diesem Video erkläre ich euch, wie wir in Cozy Grove mehr Ernte einfahren. Und zwar haben wir ja verschiedene Obstbäume und Pflanzen und Büsche, die wir abernten können. Und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die alle drei Erntestufen haben. Einmal die kleine Ernte, die hervorragende Ernte und die unglaubliche Ernte. Und das richtet sich nach deren Vorlieben. Und zwar zum Beispiel bei diesem Golden Delicious Baum. Der hat episch legendär Obstbaum, Lampe und natürliche Deko als Vorliebe. Das heißt, er braucht diese Gegenstände unmittelbar in seiner Nähe. Das heißt, wir gehen jetzt daher und stellen denen ein paar Obstbäume und ein paar Lampen in die Nähe. Und dann werdet ihr schon sehen, ich mache das mal hier schnell, um euch das zu zeigen. Dann werdet ihr schon sehen, wie sich so allmählich die Anzeige oben füllt. Und ja, so schnell geht das. Wir haben jetzt eine hervorragende Ernte bei diesen Obstbäumen, die wir aufgestellt haben, erreicht. Das heißt, wenn wir jetzt nächsten Tag hier beigehen und der Baum Früchte trägt, werden wir eine hervorragende Ernte einfahren. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Weil so haben wir mehr Früchte, die wir dann verarbeiten können oder beziehungsweise verkaufen können, um mehr Geld zu kriegen. Ja, das war es auch schon mit diesem Hilfe-Video. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.